So, wieder mal, es ist Zeit für The Walking Dead. Natürlich, wir haben nochmal mit... Life Wars, hallo zusammen. Kommt heute die Folge mit der Seilbahn? In der Meinung, ja. Hast du mir schon angedeutet, es gibt Überraschungen in der Seilbahn? Jep. Etwas, womit du niemals rechnen würdest. Gucken wir mal. Auf deine Reaktion bin ich gespannt, wenn du da heute hinkommst. Die Cutscene deutet ja schon darauf hin, dass wir da hingehen. Naja, dann ist die Frage, ob die Zeit auf das für heute reicht. Mal schauen, wie wir vorankommen. ского? Well, what are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for 5 days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Damn. Nailed down tight. Ich schaue nach vorne. Ich gehe mit dir. Ich habe es lieb. So viel nach vorne? Just take it slow. And I'll catch you if you fall. Probably. Wie ich schon mal gesagt habe. Na klar, immer ein kleiner Walsch. Ja. Ich bin ein kleiner Walsch. Wir kämpften auf der Straße. Das war lustig. Ja. Ja, das war. Der Trick war nicht nach unten. Oh, oh, oh. Du bist gut. 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 Das ist eine präzise Antwort. Das sieht cool aus. Ah. Du siehst nichts? Ich kann die Brücke sehen. Und Lichter. Warte, ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. Warte, da ist noch. Oh, Herr. Oh. Oh, kommt jetzt wirklich die Stelle, die ich gerade vermute? ja ich glaube sie kommt oh ich bin jetzt gespannt auf deine Reaktion oh yeah etf das ist doch da hätte es jetzt nicht mit gerechnet nein ich nehme das als ein Ja diese Leute mit dir es ist tatsächlich candy ja great ich habe gerade Abend angefangen sind Sie sicher, dass Sie sich nicht interessieren? es wird schon ein Sturm bitte, komm in ich kam aus dem Sturm und gar nicht mehr raus als ich den gesehen habe ich hatte das überlebt ich hatte das überlebt das habe ich mir ehrlich gesagt auch ja, das ist sehr faszinierend zu sehen ja, das ist sehr faszinierend zu tun ja, das ist sehr faszinierend zu tun ja, das ist sehr faszinierend zu tun ich habe das ich habe das ich habe das ich habe das Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Na, also geht doch. Ja. Sieht doch schon viel besser aus. Ja. Jenny hat es echt gemütlich hier. Ja. Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pot. Oh shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Verständlich. Hm. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire and I'm sure as shit. Hell. Wer war böse? Haha. Haha. But... When my son... Well... He helped me do the right thing. I'll never forget that. Hm. Yeah, Doc. Yeah. Where'd you went? Ja. Ich glaube, er hat zwei Möglichkeiten entweder ihn am Leben lassen oder ihn dazu bringen, bevor er sich verwandelt. Oh Mead. Oh Mead. Oh Mead. Well... Krista and I were together for a while. These guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. Where have you been? Oh hell. All over after Savannah. How did you get out of there? Hmm. For some reason I tried to save that fucking shitbird. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid. But I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. It's been a long time alone every day. Oh, that's gonna really not be true. Perfektes Timing. Okay, Pause geht's. Bis gleich. 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 Ja Leute, manchmal klingelt es echt zu die unpassendsten Zeiten. Das Glück ist wirklich auf deiner Seite, habe ich das Gefühl, kann das sein. Na ja, warst du nur eine Minute ungefähr weg. Ja. Es ging ja noch. Hey Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da draußen rum? Natürlich ist er. Na ja, ich beginne den Abend. Carlos, richtig? Ah. Ah. Äh. Nur so als kurze Frage an dich schmacken. Äh. Nur so als kurze Frage an dich schmacken. Ich sag jetzt natürlich nicht, was passieren wird, aber es wird eine Stelle geben, wo du dich, sag ich mal, entscheiden musst. Das wäre es leider für dich in Ordnung, wenn ich dich da so ein bisschen hinlenke. Weil ich möchte nämlich so ein bisschen, dass du erlebst, was ich sozusagen durchgemacht habe. Ja. Okay. Du wirst dann verstehen, warum. Und wieso. so. Wie gesagt, ich möchte jetzt natürlich nicht spoilern. Hm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ohja. Wie du, was kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Ja. Hat ne die dich irgendwie mal vor ein paar Parts irgendwie schon mal gesehen oder bin ich gerade bescheuert? In diesem Lager ja. Ich war mir doch schon. Ist das Teil jetzt an oder ist das Teil jetzt aus? Jetzt ist es aus. Machen wir es an. Das erinnert mich an der Schule. Hä? Oh Clem, du bist so ne niedliche Ehrlich. Richtig. Die Schule. Da haben wir auch viel Spaß gehabt in der Schule. In Staffel 1. Ja, ich erinnere mich da auch so vage dran. Das war der Lecker-Shin. Das wurde schon erklärt, der sie hier ist. Also jetzt nicht die da, sondern die andere. Das war's. Das war's. Das war's. Du solltest dann seine Beine gesehen haben. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur den Topper. Wir hatten immer noch einen Engel am Top von unserer Bäume. Ja, da ist sie nicht die Einzige. Ja, stimmt. Das ist eine Map von dem Park. Das schöne Lagerfeuer. Oh ja. Also man kann sagen, was man will, aber wie ich an dieser Stelle gekommen bin mit dem Lagerfeuer, das sah ein bisschen strange. Ich hab mich so echt gefühlt, der ist so richtig schön. Als selbst jemand ins Geites zu Hause. Es klingt bekloppt, aber es sah echt gemütlich dort. Hat der auch eine klasse Grafik. Ja. Das auf jeden Fall. Ich bin zurück in den Wurzeln. Wir können keine Möglichkeiten nehmen. Wir sind im Tag. Aber wir sind hier sicher für heute, nicht? Clementine, du sprachst mit dem Mann Walter, nicht? Was hat er gesagt? Du hast ihm nichts über uns gesagt. Wir müssen uns beachten. Wir haben immer über Kenny gesprochen. Kenny ist der kräftige Mann mit dem Beard? Ja, das ist er. Ich bin egal, was er gesagt hat. Wir stehen hier heute. Wir stehen hier heute Abend. Schau einfach mit dem Rest. Sie glauben dir. Wir sehen, was du finden kannst. Ich gehe nach Luke finden. Schau, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Du kannst es ja noch umtauschen, ne? Du kannst es ja noch umtauschen, ne? Jetzt nicht mehr. Ich finde, das passt ganz gut. Schade, stimmt. Ich denke nicht alleine. Ich denke nicht alleine. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber ich denke schon. Läuft. Ich denke, es ist gefährlich zu sein. Aber sie können es nicht helfen. Du wirst, bis du Mathew zu treffen. Er ist ein richtiger Charakter. Wann ist Mathew zurück? Er sollte bald sein. Er ist zurück. Niemand anderes. Er scheint wie der selten Kenny zu mir. Oh. Na gut. Das ist gut. Na gut. Du drei sind beschäftigt. Kenny... Ist das nicht großartig? Ich habe ihn. Kannst du das machen, Ken? Ich habe gesagt, ich habe ihn. Er ist immer noch der alte. Aber ich werde dir sagen, wenn ich ihn kennengelernt habe, konnte er nicht fliehen. Was haben wir gelacht über Kennys Jokes und Staffel 1? Oh ja, das war einfach genial. Schade, dass das letztlich schon vorbei ist. Ja. Aber ist doch trotzdem ein Hochgenuss im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt. Ja. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich würde nochmal ein bisschen mit... äh... Mit der... DC Rebecca? Wollte sie nicht einen Drink irgendwie haben? Ja, aber das... Ich glaube, das macht der andere, glaube ich schon. Ja. Gut, hat sich das zerlegt. Ich glaube, die hieß doch so, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Fakt ist, mit ihr sollte man mal reden. Definitiv. Ja. Ja, okay. Du hast recht. Du hast recht. Ja, aber da haben auch keine Geile Jokes drauf, ey. Das stimmt. Du willst hören? Du willst hören? Du hast recht gut, hm? Ich weiß nicht. Wir müssen die Zeit. Ich weiß nicht, was passiert. 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 Ich weiß nicht, ob ich sie hätte ist. Ich habe keine Geile Jokes drauf... Oh, sch... Gerade noch rechtzeitig. Ja. Ich muss nur noch etwas Essen in dir bekommen. Danke, dass du mit ihr mit dir stehst. Gut, alle. Essen ist gefeiert. Mal, lass uns essen. Schwierige Situation. Noch mal, du liebst die Situation? Hab ich das richtig angetan? Schwierige Situation. Ach so. Ja, das stimmt. Mh, dafür bekomme ich gerade selber ein bisschen Hunger. Möchtest du meine Meinung oder möchtest du das selber machen? Was ist deine Meinung? Meiner Meinung nach würde ich sagen, Kenny. Hat dich sogar auch schon dran gedacht. Gut. Neh mal Kenny. Ich meine, wenn man ihn lange nicht gesehen hat, das muss man auskosten. Genau. Schwierig für ihn zwar, aber... Ich meine, er ist ein guter Kerl. Richtig. Hm, das ist klar nicht überzeugend. Oh, boi. Oh, boi. Ich meine, du kannst nicht. Sie können auch bleiben. Nein. Lieber. Schöne. Hey, da. Hey. Schwierige Situation. Das ist gut. Danke. Beecher und Räume. Gute für Nutrision. Nicht zu groß auf der Weg raus. Ich sage Ihnen. Also, es ist Luke und Nick. Luke und Nick. Sie sind sicherlich wie ein Spiel. Was ist das? Ich sage nur, Sie sind gut. Das ist alles. Was ist der Plan hier? Ich habe mich jetzt leider gerade nicht gesehen. Er sieht wie ein Pärchen aus. Luke und Nick. Der ist ja erstmal voll verarscht. Herrlich. Ja, das ist typisch Kenny. Das ist immer doch ein Problem. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wann ist das? Oh, Herrlich. Was ist das? Oh, Herrlich. Das war natürlich jetzt gerade blöd. Ken tut mir immer noch ewig gesagt leid, dass es damals mit Duck passt nicht. Aber gerade praktischer Zeitpunkt. Hat nämlich gerade gesprächert. Ja. Ja Leute, wie es beim nächsten Mal weiter geht. Auf jeden Fall ist es schön der Kenny getroffen zu haben. Das werdet ihr in der nächsten Folge von Walking Dead Staffel 2 erleben. Ich bin mal gespannt. Und da kann man bloß noch sagen Tschüssi Kowski, bis zum nächsten Mal.